Man kann den Erhalt unserer Privatsphäre mit dem Erhalt unserer Gesundheit vergleichen. Der Grund, warum Menschen ihre Gesundheit gefährden und zum Beispiel rauchen, ist, weil die negativen Folgen des Rauchens nicht unmittelbar spürbar sind. Wir Menschen verhalten uns manchmal irrational, wenn der Preis, den wir zahlen müssen, zu weit in der Zukunft liegt. Wird schon gut gehen, denken wir. Mir wird schon nichts passieren.